Hallo, hier ist wieder XenSquad, mit mir gekommen im Battle Network 2 in der letzten Folge. Naja, haben wir uns primär darum gekümmert, in ACDC Town die letzten Optionalitäten abzuklappern und stehen nun vor dem Zentrum des Marienhafens, wo wir eine Prüfung für die offiziellen städtischen Netbattler ablegen können. Und ja, zuvor waren wir hier noch in dem Bus, haben da ein paar neue Viren getroffen, deren Battleship-Zeichen natürlich mittlerweile geholt, und hatten einen kleinen Kampf gegen die werte Reporterin da vorne, mit ihrem Toadman, und haben natürlich, wir haben nicht auf ganzer Linie versagt, aber es war nicht unbedingt schön anzusehen, das gebe ich ja zu. Naja, hoffentlich läuft es heute besser, gehen wir in das Zentrum. Wo wir uns erstmal frei bewegen dürfen und, okay, hier gibt es auch erstmal wieder Neues zu entdecken. Hm, was haben wir denn hier alles? Hallo? Da ist ein Kind, der ein offizieller Battler ist. Ein offizieller Battler. Und er hat den Test für die Erstklasse bestanden. Ich habe das auch gehört. Er heißt Short, glaube ich. Wir offiziellen arbeiten, um alle Verbrechen im Internet abzuhalten. Wir werden auch die Net-Mafia davon abhalten, in unser Land zu kommen. Ich? Ich bin auch ein offizieller Netbattler. Wie sagt man so schön? Ich beurteile einen Film niemals nach seinem Poster. Wo gehst du hin? Nur B- oder B- oder bessere Lizenzen dürfen hier heran. Eine Z-Lizenz will, ist nicht gut genug. Du brauchst ein Testformular, um hineinzukommen. Na gut. Sie haben ein Radio wieder zusammengebaut, als ich... When I broke down, als Sie zusammenge... Äh... Ah ja, okay. Als es zusammengebrochen ist, oder ich zusammengebrochen bin. Sie sagten, es war ein Virus. Hm. Ich werde ein paar Sub-Chips mit dir teilen. Sie sieht an. Was haben wir denn hier? Lock Enemy. Macht es einfacher, einen Gegner anzutreffen, den du gerade angetroffen hast. Okay. Das könnte nützlich sein in der Zukunft, aber ist ein bisschen teuer. Ich brauche Hilfe. Mein Ofen hat Feuer gespuckt. Was meinen Sie damit, dass das eine alte Geschichte ist? Hä? Mensch, diese Referenz auf den ersten Teil. Letzte Zeit haben sich viele Menschen... Haben viele Menschen angerufen und von... Verbrechen im Internet berichtet. Hier im Zentrum geben wir Netbatt... Äh... Halten wir Netbattler-Lizenzen... Prüfungen ab. Und nehmen Anrufe von Städtern an, um... Probleme im Internet zu behandeln. Und das obere Stock... Im oberen Stockwerk befindet sich die Einheit für... Internetverbrechen. Willkommen im Zentrum. Was möchtest du? Oh, du... Möchtest gar... Möchtest... Oder ich denke mal eher... Oh, du möchtest doch nicht etwa... Eine Lizenz beantragen? Äh... Ich sag mal nein. Natürlich nicht. Naja, sei ruhig und... Nervt die Offiziellen nicht. Na dann. Ich schau mich mal kurz... Oh, mal hier noch... Irgendwo... Das ist der Host-Computer des Zentrums. Aber nur einer von vielen. Gut, dass ich's ausprobiert hab. Offensichtlich wird nicht immer was dazu gesagt. Na ja. Ach sooo... Ah, darum geht's. Ich verstehe. Cafiermaschine? Nein. Ein... Ach so, ja. Ja, das englische Wort. Servierer. Server. Natürlich. Ja, das wollte ich schon erledigen, bevor ich mich hier irgendwie weiterbegebe. Was habt ihr denn wieder Spannendes zu erklären? Ich bin das Programm, um heißen Kaffee herzustellen. Jeder trinkt... Jeder trinkt... Trinkt ihn... Mit Eis... Im Sommer mit Eis. Dazu bin ich ziemlich gelangweilt. Ach so. Das Eis-Kaffee-Programm ist allerdings völlig über... Völlig aufgeregt. Er sollte sich besser abkühlen. Oder es... Ähm... Meine Arbeit... Ist es... Eis-Kaffee herzustellen. Möchtest du auch ein Glas? Es tut mir leid. Ich hab... Ich hab vergessen, dass Nevis keinen Kaffee trinken können. Ach ja, Eis-Kaffee. Etwas sehr, sehr Schönes. Könnte ich allerdings, wenn ich ganz ehrlich bin, zu jeder... Zu jeder Jahreszeit zu mir nehmen. Da brauche ich nicht unbedingt. Möchtest du? Das hätte jetzt richtig schön werden können, aber... Hab's mir wieder verbockt. Na gut, dann machen wir es wenigstens so. Komm her. Na gut, aber hier... Keine weiteren... Neuen Viren, wie es aussieht. Auch nicht verkehrt. Dann scheine ich die... Oh, danke schön. Dann scheinen ich die ganzen... Neuen Battlechips, die es hier gibt, wohl schon gefunden zu haben. Da störe ich mich jetzt nicht dran. So, dann kann ich auch mal den... Den Double Needle Battlechip zeigen. Zwei Schüsse. Und jeder davon macht 50 Schaden. Finde ich ungemein praktisch. Und ist es halt besser als unsere Cannon Battlechips. Daher... Werde ich die Battlechip Advance bezüglich der Cannons erst später zeigen können. Aber das macht nichts. Dazu kommen wir garantiert noch. Ein Profilbuch. Aber... Aber sie nutzen PCs, um... ...Besucher... ...aufzulisten. Natürlich möchte ich das. Aber du bist doch sicher noch in der Grundschule. Zeig mir dein PET. Ja? Oh, du hast deine Z-Lizenz. Es tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Wir haben die Rückungskarte bekommen. Die Testhalle ist... ...liegt dort... ...liegt dort... ...am anderen Ende der Halle. Hinter dem... ...Counter... ...Tresen? Keine Ahnung. So, hier war sonst nichts mehr, ne? Ne. Gut, dann... ...auf, auf. Mal sehen, wo das diese Prüfung besteht. Es kommt selten vor, dass... ...das es keinerlei... ...Fälle... ...das es überhaupt keine Fälle gibt. Ich warte... ...ich warte auf einen Fall, der schlimm genug ist, um... ...der schlimm genug für mich ist, um ihn anzunehmen. Okay. Das heißt, wir können da später... ...aktiv Aufgaben erledigen. Das ist deine Testkarte. Du willst auch diesen... ...am Test teilnehmen? Ich öffne die Tür. Geh hinein und... ...und verbinde dich selbst. Äh, sofort. Wo gehst du denn hier hin? Ah, okay. Dann ergibt das natürlich Sinn. Jetzt bin ich gespannt. Hallo? Das ist die Testhalle. Verbinde dich irgendwo... ...und schicke deinen Navi in die Cyberwelt. Erst mal mit den Leuten reden. Ein Kind wie du nimmt die... ...nimmt am B-Lizenz-Test... ...teil? Ha, das werden wir ja sehen. Heute werde ich endlich den S-Lizenz-Test... ...au... ...annehmen. Ich bin so aufgeregt. Wenn jemand könnte nicht mal... ...könnte kein Net-Battle machen... ...selbst wenn ich sein Leben davon abhänge. Also habe ich mir gedacht... ...ich mach die... ...ich versuch mal die B-Lizenz... ...damit ich meine Familie beschützen kann. Na dann. Dann schauen wir mal, was dieser Test verlangt. Na endlich. Der Test... ...macht mich nervös. Ich auch. Verstehst du jetzt, warum ich es hasse zu lernen? Versuch doch nur die Schuld von dir zu nehmen. Nicht so. Ach komm schon. Versuchen wir es. Ach, lernt du. Ach, okay. Ich bin bereit. Lass mich nicht im Stich. Überlass alles mir. Lern aus deiner Nachricht. Hast du Nerven? Ich kam gerade erst zurück von meiner Weltreise. Dann auf der anderen Seite... Ich sollte mich mit normalen Leuten umgeben. Also werde ich mitkommen. Ach ja. Die wirkte in der Serie ganz anders. Ich bin ein B-Lizenzprüfer. Du bist hier also für den... Du bist also hier für den Test, hm? Da gibt es drei Probleme. Wenn du bestehst, gebe ich dir die B-Lizenz. Das Problem Nummer eins... Problem Nummer eins ist ein Überlebenskampf. Lösche die Viren, die auftauchen fünfmal, um zu bestehen. Ist es keine Lebenspunkte-Regneration während des Spielens erlaubt? Also sei vorsichtig. Vor und nach jedem Problem werde ich deine Lebenspunkte auffüllen. Bist du bereit? Also die sind auch nicht erlaubt, oder wie? Wir werden sehen. Im besten Fall brauche ich sie sowieso nicht. Aber naja, mal sehen, was für Viren hier kommen. Denn, naja, der erste Teil hat durchaus gezeigt, dass man... Nicht unbedingt davon ausgehen sollte, dass immer die Viren kommen, die man gewohnt ist. Einfach deswegen, weil es durchaus auch stärkere Varianten von Viren gibt. Und zwar nicht nur Viren, die uns... Äh, auch später irgendwann auftauchen. Äh, die später irgendwann mal vor uns erscheinen werden, sondern... Viren, die tatsächlich einmalig da sind. Und das endet die Sachlage durchaus. Hm. Werden wir einfach ein paar Battlechips los. Ich glaube, das ist gerade das Vernünftigste. Joa, dann kriegen wir hier wieder eine Lil' Bomb. Und weg mit euch. Naja, das wird schon noch ein wenig später. Ich werde mich jetzt nicht auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen. Und warum kriege ich eigentlich die ganze Zeit nur Roll und nicht Gutsman? Was soll denn das? So. Back mit dir. Back mit dir. Wobei, darf ich Roll dann überhaupt einsetzen? Ich meine, sie hält mich ja auch. Nach ihrem Angriff. Oder meint er der, dass wir hier keine Mini-Energie nutzen dürfen? Ach ja, es wäre zu schön, wenn das funktionieren würde. Hehehe. Ja gut, ne? Das war jetzt reine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ach, das war's ja eh schon. Gratulation. Gute Arbeit. Nun zu Problem 2. Problem 2 testet, ob du Leuten helfen kannst, die Hilfe brauchen. Ich habe die Information, dass ein Nevi in dem Den-Gebiet Hilfe braucht. Bitte finde diesen Nevi und hilf ihm. Oder leiste Hilfe. Soweit du es geschafft hast, komm bitte zurück zu mir. Nein, du musst es nicht wiederholen. Na dann los. Ich schätze mal, ansonsten kann ich hier eh nichts weitermachen, oder? Ach so, das sind einfach nur... Ah, jetzt sind wir eh wieder hier. Na super. Ganz toll. Ach so, ja wahrscheinlich... Geh ich hin. Dann geh ich halt einfach von hier aus ins Internet. Meine Güte. Dann musst du es doch nicht so kompliziert machen. Na gut. Jetzt kannst du doch den... Verbinder auf dem... Auf der rechten Seite... Ah ja, auf der unteren rechten Seite gehen. Der hier? Ah ja. Aber wir müssen doch hier lang. Wir müssen ja in die Den-City... Ins Den-City-Gebiet. Und hier irgendeine Nevi finden. Der war vorher nicht da. Suchst du einen verlorenen Nevi? Ich habe sie nicht gesehen. Aber ich habe einen... Bösartig Aussehenden gesehen. Aha. Schauen wir mal hier in das Gebiet. Ah, du hast fast schon. Mit dem A schon gesprochen. Oh. Hm. Biss mir in dem Fall doch lieber. So. Weg mit euch. Und ich würde mir wünschen, dass ich demnächst mal eine Verbesserung für unseren Buster kriegen würde. Oder dass wir wenigstens aufladen könnten. Eins von beiden. Damit ich hier im Kampf nicht die ganze Zeit nur einzelne Lebenspunkte abziehe. Ich habe dann halt immer das Gefühl, ich kann mich überhaupt nicht wehren, während... ...während ich darauf warte, dass ich wieder Battle-Chips einsetzen darf. Und... Na gut, wenigstens ein. ...während ich hier im Kampf nicht wehren. ...während ich hier im Kampf nicht wehren. Hikki. Ah, genau deswegen hasse ich das. Hasse ich die Sache mit dem... Ach. Deswegen wäre ich auch gerne schneller. Ich wäre mir generell lieber... Werte ein bisschen bessere Fähigkeiten, aber... ...geht halt momentan noch nicht. So. Weg damit. Aber momentan dürfen wir uns ja wieder heilen. Von daher. Ah. Hallo. Was willst du, Kind? Willst du gelöscht werden? Wird dich schon umhauen. So ist es nicht. Mit dem Schwert ist es schöner. Erwischt. Ja. Der Spruch war zwar nicht ganz so schlimm wie der andere, aber... ...naja. Na, wenn er mich doch einfach schlichtweg irrt und ich hätte doch den anderen Teleporter nehmen sollen. So, haben wir hier jemanden? Also sagen muss, der Double Needle Battle Chip, den gab's da auch wieder in zwei Ausführungen. Einmal mit Code F und einmal mit Code F und einmal mit Code J und da wollte ich natürlich J haben, denn J haben wir in unserem Deck öfter, äh, in unserem Ordner öfter vertreten. Aber dafür dürfte ich die Gegner dann auch mit einem möglichst hohen Rang besiegen. Was jetzt nicht unbedingt immer leicht war. Und gerade die, diese, ähm, Langusten-ähnlichen Gegner, bei denen habe ich den Battle Chip nie gekriegt. Und, die ganze Zeit über, habe ich diesen Battle Chip nicht gekriegt. Und, das war knapp. Und dann habe ich ihn ein einziges Mal gekriegt und, ja, dann bekam ich das Zeug im Prinzip hinterher geworfen. Und ich merke... Hm. Es ist eine, mitten im... Momentan, äh... Ah, nein. Es ist mitten im Lizenz, in der Lizenzprüfung, hm? Ich habe den Navi, den du suchst hier, nicht gesehen. Oh. Aber interessant, dass uns dazu Informationen gegeben werden. Wir können aber überlegen. Darf ich hier theoretisch raus? Oder ist dann die Prüfung verloren? Hm. Ja. Okay. Dann spare ich mir den ganzen Weg, wenn ich tatsächlich in die andere Richtung muss. Das wusste ich nicht. Entschuldigt. Ich meine, ja, wenn sich ein neues Gebiet eröffnet, ist das natürlich verdächtig. Aber bei mir, in meinem Battle-Netwerk, muss das halt nicht unbedingt was heißen. Da habe ich auch ewig spät im Spiel dann trotzdem an anderer Stelle nochmal was gefunden. Daher... Okay. Neuer Bereich. Und... Erstmal instinktiv den richtigen Weg genommen. So, was haben wir denn hier? Euch haben wir hier. So, so. So, so. Kaum hat man neue Battle-Chips zur Verfügung. So, dann wollen wir mal hoffen... Ja, ja, wir sind immer noch in Density. In Ordnung. Hallo? Wie enttäuschend. Ich wurde zum Koto Square geschickt. Aber der... Aber der Pfad war abgeschlossen. So. Das war meine allererste Arbeit. Ach ja. Hm. Ein deprimiertes Programm. Gut. Das ist aber auch nur auffällig, weil es ein Programm ist. Ansonsten wäre das ja nachvollziehbar. Seine allererste Arbeit hat und dann verbockt man es erst mal. Grandios. Das sieht aus wie ein Händler. Ah, wir haben endlich mal eine Datei, die wir mit einem Unlocker öffnen müssen. Das finde ich gut. So. Und... Anlocker habe ich mir natürlich in der Zwischenzeit auch ein paar geholt. Was ich mir gedacht habe, wenn wir dann auf solche Dateien mal stoßen, dann möchte ich hier auch gleich mitnehmen können. Ja, die sind immer so violett ge... Sind immer so violett... Äh... Na. Gefärbt. Ja. So einen habe ich. Bitte schön. Und wir bekommen ein Power-Up. Ah. Oh, die Entscheidung fällt schwer. Möchte ich aufladen können? Möchte ich mich schneller bewegen können? Oder möchte ich... Ah, ganz ehrlich. Ja. Bitte. Jetzt kann ich endlich aufladen. Was haben wir denn hier? Ach, Ribita. Moment. Hätten wir dann hier nicht theoretisch schon von ihrem Bus aus hingehen können? Eigentlich ja, ne? Naja, aber da hatten wir die Aufgabe noch nicht. Das dachte ich mir, dass der in Laden ist. Oh, der hat Power-Ups. Ja, gut. Ich freue mich, dass ich wieder was zu tun habe, aus der Aufnahme. Der wird natürlich leer gekauft. So bald wie möglich. Hm. Ah, komm, hüpf her. Brav. Jetzt hat es sich nicht gelohnt, den Buster aufzuladen. So, bist du die Person? Ah. Ein böser Kerl hat mein Laufprogramm gestohlen. Jetzt kann ich mich nicht bewegen. Oder jetzt kann ich nicht laufen. Du siehst freundlich aus. Würdest du mir dabei helfen, es zurückzubekommen? Natürlich. Danke. Ich zähle auf dich. Denn das ist eine Nachricht. Ich bin gerade mit meiner Haushochkabel fertig geworden. Natürlich gehe ich morgen mit Zelten. Das ist doch schön. Dann ist das schon mal beschlossen. Okay. Ah, in die andere Richtung war ja bloß Rebeater, ne? Ja. Da ging es nur zu Rebeaters System. Na, das gefällt mir doch. Weg mit euch. War das wieder ein Turmknackster gerade? Habe ich jetzt auch nichts dagegen gegen Geld? Jetzt könnte ich mir natürlich die Lebenspunkteverbesserung holen. Aber nee. Das Power-Up wäre mir doch da wichtiger. So, was haben wir hier? 400 Zenys. Dankeschön. Hallo? Quote Square liegt hinter diesem Punkt. Aber der Pfad wird repariert. Dann müssen wir wahrscheinlich zu dem Netnavi, den wir da vorher schon angetroffen haben. Der wäre genau falsch rumgelaufen. Herrlich. Boah, komm schon. Na ja, sehr langsam, aber immer noch besser als nichts. Ähm. Na ja. Besser als nichts, nicht wahr? Ah, komm hervor. Braver Hase. Braver dover Hase, aber trotzdem braver Hase. Ja, wobei. Der erneut Wegersparnis. Habt ihr sicher doch auch nichts dagegen. Na dann. Bin ja gespannt, ob uns der böse Netnavi selbst attackieren wird oder ob uns Vian entgegenschickt. Eins von beiden wird der Fall sein. Ich persönlich fände es interessanter, wenn er uns selber attackieren würde. Denn das hieße, wir hätten einen Netnavi gegen uns, der höchstwahrscheinlich auch Battlechips einsetzen wird. Das fände ich interessant. Sehr schöne Schussanimation erledigt. Und? Okay. Level 10 und trotzdem nur D. Hallo? Laufprogramm. Unsere Verkleidung ist aufgeflogen. Schnappt ihn. So, so. Verkleidung also. Ja, genau in die falsche Richtung ausgewichen. Ja, ja. Ich werde es jetzt vielmals bereuen, dass ich nicht auf Geschwindigkeit gegangen bin. So, wenigstens einer weniger. Aber gut, bei solchen Kämpfen kriegt man sowieso üblicherweise keine Battlechips. Von daher. Soll es mir egal sein. Das sind... Was mache ich denn da? Meine Güte. Ja. Rang 1. Was soll's. Ich gebe schon zurück. Gib mir eine Pause. Ha. Einfach. Bring mir dieses Laufprogramm zu dem Navi. Auf zum Navi. Ja. Und erneut. Die Abgaben waren noch fertig und das dritte Problem werden wir dann in der nächsten Folge angehen. Warum auch immer es sich da behandeln möge. Hm, stellt sich nur die Frage, wie viele Lizenzen es da noch geben wird. Ich meine, ja, Z-Lizenz klingt natürlich im ersten Moment wahnsinnig schlecht. Aber das, was wir hier gerade machen, ist ja jetzt schon eine B-Lizenz. Von daher. Oh, das hätte ich besser machen können. Aber egal. Big damage. Hm, hm, hm. Selbes Problem wieder. Gut gemacht. Muss man mal überlegen, was nehme ich denn vom nächsten... Wofür nutze ich denn das nächste Power ab? Ähm, wieso wurde mir mein Battle Chip gerade nicht angezeigt? Hm. Komisch. Sooo, darf ich zu dem Navi oder muss ich nochmal kämpfen? Oh, das ist mein Laufprogramm. Danke dir. Willst du das hier bitte annehmen? Willst du das hier bitte annehmen? Oder wirst du das hier bitte... Nice Data. Ich kann wieder laufen. Danke dir. Nice Data. Was macht die denn? Diese Daten. Ach ja. Daten, die die Nettigkeit eines Net Navis bezeugen. So, so. So. So, einmal. Ja, das ruft tatsächlich Tonknacker hervor. Erledigt. Ach, wir können damit sogar die... Die Kombination ist gar nicht schlecht, wenn wir dann auch nur selbstständig diese Platten kaputt machen können. Hm. Na gut. Ja, wie gesagt, das dritte Problem werden wir dann in der nächsten Folge anfangen. Ich würde auch sagen, dass wir das Gespräch erst in der nächsten Folge beginnen. Ich schätze mal, die Erklärung wird wieder ein Weilchen dauern. Gerade bei meinen Übersetzungskünsten dauern Gespräche immer ein bisschen. Es tut mir leid, aber, naja. Ich kann es übersetzen so halbwegs, aber es dauert halt einfach ein bisschen, weil ich nicht zu sehr Freischnauze übersetzen möchte, sondern ich möchte mich darauf konzentrieren, dass ich die Sätze korrekt übersetze. Daher, naja, mal mit sehen. Auf jeden Fall sehen wir uns nicht mehr bei Megaman Battle Network 2. So. Ich bin Xie. Bis dann dritte. Ciao.